Hallöle, Popöle, ich bin's wieder, ihr Rivale, ja, es ist wieder eine Woche um, ich nehme wieder auf, neue Kommentare gab es nicht, daher, ja, Dankeschön, hier sehen wir unseren mysteriö, unseren, meinen mysteriösen Kämpfer, oh, oh, die ist so episch auch so eigentlich, äh, heute habe ich mir gedacht, äh, ja, heute habe ich mir gedacht, dass ich mal die Horde ausprobiere, und diesmal zeige, ich wohne worldwide, jup, und, äh, ja, ich bin gespannt, äh, nächstes, äh, ich hatte vor, eigentlich diesmal, wie heißt das, Duelle, Duelle hier zu spielen, eins gegen eins, oder vier gegen viele, so wie man's manchmal auf YouTube sehen kann, einfach, um den Zweikampf besser zu üben, mit Schwert und Schild, oder, Speer und, nix. Achja, Ladebalken, äh, Ladebildschirm. Äh, ja, hallo, ich bin wieder da, äh, es hat zu lange gedauert. Ja, gut, das, äh, Moment, Moment, da fällt mir gerade was, ein Rüstkammer, Horde. Aha, wir sind ja nackig. Äh, Äh, Ja, soll ich das jetzt machen? Sieht da hier aus. Äh, Ja, ähm, bis gleich. Hallo, da bin ich wieder, ich hab den mir mal wieder zurecht gemacht, äh, nur so Frisur, Augenfarbe, Körperform, das Gesicht, naja, nicht so, ich wollte mir, ich wollte mich jetzt nicht so sehr daran festhalten. Äh, äh, ja, die Rüstung, beim Kopf gibt es nix, beim Hals, auch nix, Torso, und sich auch nix, aber ich nehme mal das Bauernhemd, ähm, Schultern, Medaillon, äh, Arme, gar nix, Hände, auch nix, Hüfte, oh, nix, Hüfte, oh, nix, Hufen, Ja, ich bleib bei den Hosen, äh, spitze Lederschuhe, ja, ok. Gut. Die Ausrüstung. Kurzschwert. Kurzschwert. Kurzschwert, stimmt das, den Kurzschwert. Ja, den kann man auch, äh, 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 verändern, kustomisieren, kustomisieren, wollte ich sagen, äh, die Statistiken, ok. Ja, so viel zum Charakter mit der Horde, halt, nein, nimmst du die Ausrüstung, kurzschwert, so. Ähm, hallo? Nimmst du den Kurzschwert? So. Ach, egal. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So. Die Horde. Nicht so altweit, sondern vielleicht... Europe. So. Search. Wenn gleich wieder ein Lade, äh, 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 Ladebild kommt, ja, dann schneide ich auch den wieder raus. Hallihallo. Das war der Ladebalken. Wie man sieht, bin ich... Oh, alter. Bin ich hier? Ähm, ich bin... mit... 1, 2, 3... Ich bin mit drei weiteren hier... in dieser Runde. Oh. Das sind ja richtige Ritter und so. Ja. Der scheint da alles alleine zu machen. Ist er der einzige, der hier überlebt hat? Okay. Okay. Ah, okay. Äh, wie jetzt? Muss man für die Ausrüstung zahlen? Wenn jemand bekommt? Ja, gut. Okay. Schauen wir erst mal. Wie das sich so anstellt. Ja. Wie man sieht, hat er eine gute Strategie scheinbar. Er guckt raus, wenn er muss und schießt, wenn er kann. Ja. 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 Ist das sein Name? Ach, der Typ heißt so, dann bin ich ja mit vier weiteren hier. Okay. Hm. Ja, gut. Dann machen wir hier mal eine Kampfmoderation. Hm. 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 Also. Und er hat wieder einen getroffen und er hat sich sofort wieder zurückgezogen, um nachzuladen und er hat wieder einen Schuss abgefeuert, nachdem er wieder feuern konnte. Und die Reihen darf Feinde, ähm, äh, 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 bilden Lücken, sodass man eventuell mit einer schön saftigen Kavallerie einfach durchzimmern könnte, Brettern, Reiten, was auch immer, um so den Feind, äh, äh, endgültig zu vernichten. Oh, ha, was? Was machen die jetzt? Was tun? Schmeißen die noch? Hä? Okay. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Ähm. Also. Ja, unser Heckenschütze hier aus dem Turm. Er macht sich ganz gut daran, seine Feinde aus sicherer Entfernung in dem Turm geschützt vor weiteren Wurfgegenständen, äh, zu schützen, um den Kampf hier mit minimalsten Verlusten zu beenden. Wenn man bedenkt, dass der Typ hier scheinbar der letzte ist von drei weiteren. Von vier weiteren. Inklusive mir. Fünf weiteren. Äh. Es sind nur noch vier Gegner übrig, werd er sie alle noch schaffen können. Und es sind nur noch drei und er spannt und spannt. Er hat scheinbar unendlich Munition, die er verbrauchen kann, denn die Feinde scheinen zu fliehen und, oh, er hat diesmal nicht getroffen. Aber hey, was ist das? Er schießt und er hat wieder nicht getroffen. Und der Typ hier kommt hoch mit dem Helm, den, dem gleich den wir haben, glaube ich. Und er hat sich so mutig dahin gestellt und er lädt uns. Der letzte Feind, der rennt eventuell weg. Man weiß es nicht. Er hat hinter sich einen riesigen Schild, was ihn von hinten unverwundbar macht wie eine Schildkröte. Was wird unser Helds Tasche Nummer Tasche Nummer Tasche. Also, keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Oh. Und er lädt hier nach, wie man sieht. Und er wird, und er wird beschossen und wurde angeschossen. Und er hat sich sehr doll verlässt, vermutlich. Ich weiß es nicht, wie viel Leben er hat. Das ist ein atemberaubender Kampf. Wer wird siegen? Ich glaube der. Ja. Und es ist vorbei. Jetzt bin ich wieder im Spiel und jetzt sollte ich auch mein Tome darin, weil ich sonst bin ich tot. Ich weiß es nicht, was ich hier gemacht habe. Oh. Hä? Was war das denn? Äh. Ich habe ja noch nicht mal reagieren können. Oh. 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 Ah. Oh. Hä? Oh. Ähh. Ja, soviel dazu, dass ich scheint eine kurze Runde zu werden. Hm. Okay. die chance nutze ich mal um zu schauen wo man hier was herbekommen kann hier bekommt man die arm post habe ich gesehen hier not available arm post und munition dafür ok gibt es hier es doch kann man auch irgendwie schneller fliegen was gibt es hier nix hier auch nix mhm mhm halt da war was wieso man denn da hinkommen ah ok schwerer helm zweihänder eigentlich zwei hände aber ok wehrenfalle ach doch stand ja drauf zweihänder äh schwere beine ok ja es sind immer noch die äh es sind nur noch die zwei übrig ok wo das hier verricht ja ja hm ui hui uuuu accomplishments ok hier gibt es mittlere beine da gibt es eine hacke hm Da ist ein schöner Morgenstern, oh, ein Kriegshammer, ein Kurzschwer, ach, geh mir weg, reichte Beine, reichter Helm, reichte Brust, Axt, ach, was gibt es hier oben, Wurfmesser, oh, ist nur noch 13, oh, die Reihen des Feindes lichten sich, es sterben immer mehr und mehr durch diesen, oh, einer ist verreckt, oh, naja, es sterben immer und mehr Feinde, äh, immer mehr und mehr Feinde von dem guten Schützen hier namens Tasche, 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 irgendwas, ja, da schützt auch keine Ritterrüstung, wenn man so einen begabten Schützen und Retter des Teams als Feind hat. Schöne Schwerter. Ist die Muni alle? Nein. Oh, die Feinde haben ja auch Bögen. Eieiei. Eieiei. Oh, 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 oh. Was schmeißen die? Und es nur noch die letzten drei, die verstecken sich erst zur anderen Seite dieser, äh, äh, dieser Mauer vom Turm. Der Schütze hat so ein sehr schwieriges Spiel, die anderen zu, äh, womit schmeißen die irgendwelche Liebenknödel oder so? Oder irgendwie, äh, äh, keine Ahnung was. Ja, ich glaube, es wird Zeit langsam Schluss zu machen. Au, und er hat eine Axt in den Rücken bekommen, wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Runde. Axt